Ein mysteriöser, leuchtender Ring am Boden. Ungeklärte Abdrücke in der Erde. Die zerschlagene Windschutzscheibe eines Polizeifahrzeugs. Ich glaube, dass hier etwas Außerirdisches im Spiel war. Niemand konnte etwas anderes beweisen. Gibt es Beweise für UFO-Landungen, Flüge sowie Kollisionen? Es ist vielleicht die größte Geschichte der Menschheit, wenn wir den Leuten Beweise vorlegen können. Ein neues Indiz bringt einen Ermittler dazu, eine UFO-Begegnung neu aufzurollen. Der Schaden entstand durch eine Kraft, die die Scheibe eingedrückt und dann herausgezogen hat. Wir sichten Fotos, Bodenproben und Laborergebnisse. 6. April 2001, Mount Clemens in Michigan. Es scheint eine gewöhnliche Fahrt auf einem einsamen Highway zu sein. Bis die langweilige nächtliche Tour einer Frau zu einem fantastischen Abenteuer wird. Als sie die Straße entlang fuhr, bemerkte sie ein helles Basketball-Großes Objekt, das auf sie zukam. Es ist anscheinend direkt über der Straßenoberfläche. Als sie aufeinander zukommen, nähert es sich rasend schnell. Sie erkennt so etwas wie ein Feuerrad. Kleine Schwaden strömen ringsherum aus. Es rotiert sehr schnell. Rotierende Körper sind für UFO-Forscher nichts Neues. Doch ein Teil der Geschichte hebt sie von anderen deutlich ab. Plötzlich gibt es einen Aufschlag auf dem Dach der Beifahrerseite. Sie spürt und hört es deutlich. Das Ding fliegt einfach weiter davon. Sofort fährt sie völlig verängstigt zur Seite, steigt aus dem Wagen und entdeckt die Spur eines gelblichen Rückstands auf dem roten Lack. Einen solchen Rückstand bezeichnen Ufologen als Spurenmaterial. Wir beschäftigen uns mit den Fingerabdrücken von UFOs. Das ist eine feste Masse, die von ihnen abgesondert wird. Sei es ein verbrannter Kreis oder Vegetation, die nicht mehr wächst, es ist ein greifbarer Effekt. Nicht nur eine rein optische Beobachtung. Man kann sich damit beschäftigen, wenn die Untertasse schon wieder weg ist. Im Michigan-Fall ist das Spurenmaterial der Rückstand auf dem Auto. Er wurde von einer Chemikerin, die auf die Identifizierung von Substanzen spezialisiert ist, einer eingehenden forensischen Analyse unterzogen. Ich habe herausgefunden, dass das Material ein Metalloxid enthält. Ich konnte es jedoch nicht näher bestimmen. Es fand sich auch ein Zelluloid-Material. Es ist pflanzlich und möglicherweise natürlichen Ursprungs. Das natürliche Material, das Phyllis Buddinger entdeckte, könnte Aufschluss über die Herkunft des Objekts liefern. Es war beinahe pflanzlich. Einiges sprach jedoch dafür, dass es technisch war. Sehr interessant war für mich, dass sie aufgrund von Rückständen feststellte, dass das Ding sehr wahrscheinlich in einem Teich untergetaucht war, kurz bevor es auf das Auto getroffen ist. Phyllis Buddinger schließt einen kleinen Meteoriten oder einen Fremdkörper von der Straße aus. Des Weiteren folgert sie, dass es nicht heiß war und eine sehr geringe Masse hatte. Es ist Spekulation. Doch ich kann mir kein natürliches Phänomen vorstellen. Das, was vom Himmel kommt, diese Ablagerung hinterlässt und nicht gleichzeitig auch einen schweren Schaden am Auto angerichtet hätte. Es ist wirklich ein Rätsel. Dieser Vorfall ist nur einer von über 3000, die seit den 1960er Jahren als Trace Cases, also Fälle mit handfesten Spuren, eingeordnet wurden. Trotz der anhaltenden Auseinandersetzung zwischen Skeptikern und UFO-Gläubigen liefern diese Fälle Beweise für wissenschaftliche Abnormalitäten, die bisher nicht erklärt werden konnten. Noch heute zollen Ufologen einem Mann Respekt, der die wissenschaftliche Untersuchung der Trace Cases entscheidend vorangetrieben hat. Den Astronomen der Northwestern University und Berater der US-Regierung in UFO-Fragen, Dr. Joseph Allen Hynek. Er brachte viele Leute dazu, mehr zu tun, als UFOs nur zu melden. Er riet zur Spezialisierung. Tun Sie etwas, das nur Sie können und kein anderer. Er regte die Untersuchung der Trace Cases an. Alan Hynek und ich wurden über die Jahre gute Freunde. Er war der Meinung, dass es so viele Dinge gibt, die man einteilen muss. Man hat nämlich alles in einen Topf geworfen, von einem Licht am Himmel bis zu einer Landung und kleinen Menschen. Alan Hynek und Ted Phillips waren beide überzeugt, dass von allen UFO-Fällen die Trace Cases die brauchbarsten Beweise liefern. Sie glaubten, dass wissenschaftliche Belege das UFO-Rätsel lösen können. Wenn wir früh genug vor Ort sind, können wir Kompressionsuntersuchungen in den Vertiefungen durchführen. Wir bestimmen dabei ziemlich genau die Gewichtsverteilung. Bei einem eiförmigen Objekt sind es rund 14, 15 Tonnen. Bei der klassischen Scheibe etwa 8 bis 10 Tonnen. Diese frühen Beobachtungen brachten Hynek und Phillips dazu zu glauben, dass sie etwas Großem auf der Spur waren. Dann, 1964, verendete ein Ereignis in Socorro, in New Mexico, die ganze UFO-Forschung. Der Polizist Lonnie Zamora fuhr in seinem Streifenwagen. Er hörte ein Geräusch und dachte, jemand hätte einen Dynamitschuppen in die Luft gejagt. Als Polizist ist er neugierig. Etwas war passiert. Was war das für eine Explosion? Er steigt über eine Anhöhe. Rund 70 Meter vor ihm steht ein Objekt auf dem Boden. Er sieht dieses eiförmige Gefährt am Boden mit zwei kindergroßen Wesen in so etwas wie Overalls daneben. Dann hob es mit lautem Getöse ab. Das hat ihn verständlicherweise sehr erschreckt. Die nachfolgende Untersuchung des unbekannten Flugobjekts durch die US Air Force förderte Spuren zutage, die die Aussage von Officer Zamora stützten. Dazu gehörte eine viereckige Anordnung von Landebeinen. Vier Abdrücke der Leiter des Objekts und vier Fußabdrücke der kleinen Wesen, die Zamora gesehen hatte. Der Fall gilt für die Air Force immer noch als ungelöst. Und glauben Sie mir, Sie haben alles unternommen, um eine konventionelle Erklärung zu finden, aber Sie konnten es nicht. Ted Phillips behauptet, dass er im Laufe der Zeit auf tausende Fälle gestoßen ist, die die Realität des UFO-Phänomens untermauern. Vor allem war es ein undurchsichtiges Ereignis im ländlichen Kansas und eine einzelne Polaroid-Aufnahme, die alles verändern sollten. 2. November 1971. Delfers im US-Bundesstaat Kansas. Der 16-jährige Ronny Johnson beginnt gegen 18.30 Uhr auf einer kleinen Farm mit seiner Arbeit. Was nun geschieht, wird sein Leben für immer verändern. Und auch die Erforscher von UFO-Spuren werden bis heute davon beeinflusst. Während der Arbeit hört er plötzlich ein Geräusch, das er mit einer großen Waschmaschine mit einer Umwucht vergleicht. Es war sehr laut und die Gegend wurde auf einmal hell. Und dann schwebte 1,50 Meter über dem Boden ein Objekt mit etwa 2,50 Meter Durchmesser. Die Spitze war rund drei Meter über dem Boden. Es leuchtete hell in verschiedenen Farben und zeigte niemals eine ganz bestimmte Farbe. Ronny Johnson starrt das Objekt erschrocken an. Gegen Ende dieser Zeitspanne nahmen die Helligkeit des Objekts und das Geräusch zu und auch das Leuchten an seiner Unterseite. Dieses Leuchten erschien wie ein schimmernder Farbfleck, der von der Unterseite des Dings zu Boden fiel. Es flackerte hell auf und als es wegflog, blendete es ihn. Er hörte das Geräusch sich langsam Richtung Süden entfernen. Als er wieder sehen konnte, lief er zum Haus und erzählte es seinen Eltern. Sie liefen heraus und sahen ebenfalls das Objekt. Nachdem die Johnsons das Objekt am Himmel beobachtet haben, gehen sie zu der Stelle, wo es lange geschwebt hat. Und die Familie staunt über das, was sie dort zu sehen bekommt. Sie sahen einen großen luminisierenden Ring am Boden und auch ein Leuchten in den Bäumen. Sie liefen zum Haus und holten die alte Sofortbildkamera mit nur noch einem einzigen Bild. Dann nahmen sie das einzige Foto einer leuchtenden Stätte auf, das ich kenne, und das innerhalb von zehn Minuten nach dem Aufstieg eines Objekts aufgenommen wurde. Das ist die Originalaufnahme von Irma Johnson. Nachdem die Familie den leuchtenden Ring fotografiert hat, bemerkt sie, dass es noch mehr zu entdecken gibt. Rons Eltern berührten beide die hier gerade abgelagerte Substanz, die vom UFO stammte. Sofort wurden ihre Finger taub. Mrs. Johnson berührte damit ihr Bein und es wurde taub. Die Familie ist entsetzt über die körperlichen Auswirkungen und sucht nach weiteren Hinweisen darauf, was eigentlich gerade passiert ist. Der einzige Weg zu dem Ort führt um einen 20 Zentimeter dicken Baum, der auf dem Boden lag. Am vorigen Nachmittag stand er noch völlig intakt aufrecht. Könnte das Objekt, das Ronnie Johnson beobachtet hat, den Baum abgeknickt haben? Die Familie findet keine Erklärungen. Am nächsten Tag nimmt Sheriff Ralph Inlow seine Ermittlungen auf. Der Sheriff war der Erste, der an der Stelle einen abgebrochenen Ast bemerkte. Er war in 2,60 Meter Höhe abgebrochen und hatte ursprünglich über den Rand des Ringes herausgeragt. Er schloss daraus, dass er vielleicht durch ein Objekt, das dort entlang kam, abgeknickt wurde. Sheriff Inlow bemerkt auch eine seltsame Ablagerung innerhalb des Rings. Zu diesem Zeitpunkt war die Oberfläche des Rings eine sehr harte, weiße Kruste. So erkennt man es auf dem Bild. Der Kontrast zur Erde in der Mitte und außerhalb ist bemerkenswert. Sheriff Inlow ist verblüfft. Er nimmt Bodenproben und verschließt sie sicher in seinem Büro. Nach vier Wochen erfährt Dr. Heineck von den Ereignissen in Delphes. Er schickt Ted Phillips, um zu ermitteln. Als ich auf die Farm kam, sprach ich kurz mit den Zeugen und sie führten mich zum Ring, der sich in einem Urast befand. Ich war ganz erstaunt zu sehen, dass sich in dieser schwarzen, feuchten, wasseraufsaugenden Erde ein klar umrissener Ring von ungeschmolzenem Schnee befand. Nur der Ring war völlig bedeckt. Es war verblüffend, also machte ich viele Fotos davon. Der ungeschmolzene Schnee ist ein wichtiges Beweisstück in den Ermittlungen. Der Ring verhält sich hydrophob, also wasserabweisend. Etwas hatte das Erdreich hier eindeutig verändert. Das ist bedeutend, denn dasselbe ist häufig passiert, wenn UFOs gelandet oder fast gelandet sind. Sie veränderten den Boden und das Pflanzenleben, sodass nichts nachwächst. Ted Phillips nähert sich Delphes und anderen UFO-Spuren mit der gleichen strengen Methodik wie ein Tatortermittler der Polizei. Bei Tatortermittlungen gilt die Theorie, dass niemand einen Tatort betreten und verlassen kann, ohne etwas mitzunehmen oder zurückzulassen. Es ist Aufgabe der Ermittler oder der Spurensicherung herauszufinden, was das war. Das gilt auch für UFO-Vorfälle mit Spurenmaterial. Zuerst fotografiert man also alles, bevor man den Tatort irgendwie verändert. Nachdem ich alle notwendigen Fotos aufgenommen hatte, legte ich Maßbänder aus, um die genaue Größe des Rings zu bestimmen. Nachdem ich den Ring genau untersucht hatte, sah ich mir den Rest des Geländes an. Die Familie zeigte mir, was wo vorgefallen war. Obwohl nichts auf einen Schwindel hindeutet, überprüft Ted Phillips sorgfältig die Polaroid-Aufnahme von Mrs. Johnson. Ich versuchte mehrfach, das Polaroid-Bild, das in jener Nacht aufgenommen wurde, zu reproduzieren. Es ist nicht möglich. Ich habe alles versucht, benutzte dieselbe Kamera, den gleichen Film, die gleichen Lichtverhältnisse mit und ohne Blitz. Unmöglich. Fasziniert von seinen Entdeckungen in Delfis, kehrt Ted Phillips zurück zu Dr. Hynek. 18 Kilo Bodenproben und über 100 Fotografien mit. Was war das also nun dort am Boden? Ich habe es aufgeschüttelt und das Wasser färbte sich rot. Und ich dachte mir, da haben wir aber etwas. Das hat mich richtig aufgefühlt, als ich das merkte. Seit den 1960er Jahren ist Dr. Joseph Allen Hynek davon überzeugt, dass Trace Cases der Schlüssel zur Lösung des UFO-Rätsels sein können. Ein prototypischer Fall ereignete sich 1971 in der Kleinstadt Delfis. Um eine unvoreingenommene wissenschaftliche Analyse des Vorgangs zu erhalten, nahm Dr. Hynek die Hilfe einiger unerschrockener Forscher in Anspruch. Sie schlossen, dass der dort vorgefundene Bodenring sich deutlich von der normalen Erde unterscheidet. Ein weiterer Durchbruch im Fall Delfis ließ jedoch über 20 Jahre auf sich warten. Dann erst traf Ted Phillips auf die analytische Chemikerin Phyllis Buddinger. Buddinger beschäftigt sich mit der sogenannten Spektroskopie. Für Spektroskopie gehören verschiedene Verfahren. Man kann dabei Dinge, Flüssigkeiten und Gase messen. Jedes Molekül reagiert anders mit Licht in einem bestimmten Absorptionsbereich. Das Ergebnis ist ein einzigartiges Spektrum, so wie die DNS bei jedem Menschen einzigartig ist. Einfacher ausgedrückt, man gibt Phyllis Buddinger Erde aus Delfis und sie sagt, was darin ist. Also schickte Ted Phillips 1999 Bodenproben an ihr Labor, Frontier Analysis in Chagrin Falls, Ohio, zur Untersuchung. Ich wusste nicht, was auf mich zukam. Zwar wusste ich, dass organisches Material enthalten war. Jedoch nicht, was ich finden würde. Ich vergesse nie, wie ich die Proben bekommen habe. Ich früllte etwas in ein Reagenzglas, fügte Wasser hinzu, schüttelte es und das Wasser färbte sich rot. Und ich dachte mir, da haben wir aber etwas. Das hat mich richtig aufgewühlt, als ich das merkte. Ihre erste Beobachtung war ebenso erstaunlich wie Ihre zweite. Die Erde war auch 30 Jahre nach dem Ereignis noch immer wasserabweisend. 2006 wiederholt sie das Experiment in ihrem Labor und die Ergebnisse sind genau die gleichen. Ich werde Ihnen zeigen, dass die Probe aus dem Delfos-Ring nach all den Jahren noch hydrophob ist. Ich füge etwa die gleiche Menge Wasser hinzu. Die Wasserlösung oben ist viel dunkler als bei der Kontrollprobe. Es wurde also etwas extrahiert. Über zehn Jahre hinweg besuchte Ted Phillips immer wieder Delphos. Der Ring blieb sichtbar und keine neuen Pflanzen konnten darauf wachsen. Auch wenn kein Wissenschaftler erklären kann, warum das Flugobjekt den Boden hydrophob machte, kann Phyllis Buddinger erklären, wie das passiert sein kann. Ein organisches Material bedeckte die Erdoberfläche. Das machte sie hydrophob. Dieses Material konnte ich als Fulfosäure identifizieren. Fulfosäuren sind natürlich vorkommende Substanzen, die während der Zersetzung von Pflanzen im Boden gefunden werden. Sie können die Erde verjüngen und sind ein ausgezeichneter Zusatz zu Düngemitteln. Auch wenn der Stoff in der Natur vorkommt, glaubt Phyllis Buddinger nicht, dass seine Konzentration im Delphos-Ring natürlichen Ursprungs sein kann. Die Fulfosäure war ganz anders konzentriert, als es natürlich vorkommt. Sie wurde hinzugefügt. Sie gehört zu dem, was irgendetwas hinterlassen hat. Es gibt keine natürliche Erklärung für ihre hohe Konzentration im Boden. Ich weiß wirklich nicht, wo sie herkam. Die unerklärliche Freisetzung von Fulfosäure ist nicht die einzige Abnormalität, die die Wissenschaftlerin in der Probe entdeckte. Auch größere Mengen von Oxalsäure, die bekanntlich Haut und Augen reizt wurden, in der Bodenprobe nachgewiesen. Die Oxalsäure ist vermutlich für den Taubheitseffekt bei Mrs. Johnson verantwortlich, unter dem sie für den Rest ihres Lebens litt. Das gemeinsame Auftreten von Oxal und Fulfosäure ermöglicht einige interessante Spekulationen über den Leuchteffekt des Bodens. Ich glaube, dass die Substanz von dem Flugobjekt abgegeben wurde, als sein Antriebssystem ein Ionenfeld erzeugte. Das hat das Material angeregt. Als es herunterfiel, war es durch die Wechselwirkung mit dem Ionenfeld luminiszierend. Das erlaubte Rückschlüsse auf das Antriebssystem der Maschine. Die Analyse von Phyllis Buddinger hat viele Forscher motiviert, sich an wissenschaftliche Erklärungsversuche zu wagen. Drei Jahre nach dem Vorfall in Delfis verursacht ein weiterer Fall mit handfesten Spuren eine regelrechte Panik in Missouri. Die Leute schreien und das Objekt schwebt drei Meter über der Erde. Es sind die Anhaltspunkte, die zurückbleiben. Von der viereckigen Anordnung von Landebeinen in Socorro, New Mexico zu einem mysteriös leuchtenden Ring in Delfis, Kansas. Seit 1964 gab es tausende Fälle mit Spurenmaterial von UFOs. Für den Ermittler Ted Phillips sprechen ihre gemeinsamen Charakteristika für die Realität von UFOs. Nach den Hunderten von Fällen, in denen ich persönlich ermittelt habe, komme ich zu dem Schluss, dass wir es mit einer Maschine mit Masse zu tun haben. Sie wurde konstruiert von einer Intelligenz und geführt von etwas Intelligentem. Das erschließt sich aus dem, was sie tun, wie sie zu einer Landestelle manövrieren, wieder wegfliegen und dergleichen. 1. September 1974, Langenberg, im kanadischen Saskatchewan. Für den Farmer Edwin Furr wird aus einem ganz normalen Arbeitstag eines der erschreckendsten Ereignisse in seinem Leben. Furr entdeckte das Objekt nahe dem Boden. Er hielt an und ging dicht heran. Es sah metallisch aus. Unten war es flach, oben gewölbt. Es schwebte rund 30 Zentimeter über dem Boden. Er ist am helllichten Tag 5 Meter von einem Objekt entfernt. Kein Geräusch. Es dreht sich sehr schnell. Die Oberfläche des Dings soll sehr alt und abgenutzt ausgesehen haben. Darin sieht er dunkle Rillen. Eine Art breiter Ring umgibt den unteren Teil. Völlig verschreckt zieht sich Furr langsam zurück zu seinem Fahrzeug, um vor dem Objekt zu entkommen. Als er aufsteigt, wird aus seinem Schreck Blankes entsetzen. Er merkt, dass mehr als nur ein UFO da ist. Er sieht vier weitere Objekte, gleich weit voneinander entfernt, in einem Halbkreis um das hohe Gras. Alle hatten die gleiche Gestalt, die gleiche Farbe und alle rotierten. Die Pflanzen unter den Objekten waren spiralförmig verwirbelt. Die Pflanzen wurden unter jedem gedreht und umgeknickt. Nachdem die Flugobjekte einige Minuten über dem Feld geschwebt sind, beginnen sie, sich zu entfernen. Die Objekte flogen ganz still senkrecht davon, in einer Stufenformation 1, 2, 3, 4, 5. Dabei konnte er unter jedem zwei auspuffartige Fortsätze sehen, aus denen eine zwei Meter lange Abgasfahne von einem grauen Material strömte. Kurz danach sind die UFOs verschwunden. Als Constable Ronald Morier von der Royal Canadian Mounted Police von dem Vorfall hört, besucht er den Ort des Geschehens. Die Spuren, die auf dem Boden zu finden sind, verblüffen den Ermittler. Es gab fünf Ringe, alle in die gleiche Richtung verwirbelt und zusammengedrückt. Immer gegen den Uhrzeigersinn. Das Zentrum jedes Rings war unverändert. Das Gras stand aufrecht. Ihre Größen reichten von 2,50 bis zu 3,50 im Durchmesser. Moriols Schlussfolgerung nach einer eingehenden Ermittlung hat mich beeindruckt. Er sagte, das ist wirklich passiert. Was diese Ringe verursacht hat, kam aus der Luft und ist auf dem gleichen Weg verschwunden. Damit ist alles gesagt. Über 30 Jahre sind seither vergangen und viele Ermittlungen vor Ort haben keine einzige logische Erklärung geliefert. Allein im Laufe der 1970er Jahre hat Ted Phillips über 400 Fälle wie den von Langenberg aufgenommen. 8. Oktober 1978, Cato im US-Bundesstaat Missouri. Eine Großmutter und ihr Enkelkind entdecken ein rätselhaftes Objekt im Feld, das ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht. Sie sah etwas Weißes, Ovales im Feld. Ich habe später herausgefunden, dass es 55 Meter vom Haus entfernt war. Sie rief ihren Ehemann und der seinen Sohn. Es bleibt einfach nur da. Hübsch ist ihre Erklärung, dass es ein Metallteil sein muss, das ein Sturm hergeweht hat. Sie sprachen nicht von einem UFO, sondern sagten, etwas liegt auf unserem Feld, das da nicht hingehört. Wir müssen es rausholen. Als der Vater den Traktor anlässt, um das Objekt wegzuschaffen, passiert etwas Seltsames. Das Objekt steigt drei Meter gerade in die Höhe. Eine Reaktion. Es wird kontrolliert. Es war nur 1,20 Meter im Durchmesser. Die Leute schreien. Und es schwebt drei Meter über dem Boden. Dann beginnt sich das UFO von der Farm zu entfernen. Nicht schnell. Ganz gemütlich. Die ganze Zeit kein Geräusch. Das Objekt rotiert. Keine Flügel, kein Motor, keine erkennbaren Hilfsmittel. Es steigt weiter. Es beschreibt eine Rechtskurve, fliegt also, wie ich herausfand, gegen den Wind. Die Zeugen berichten, dass das Objekt weiter steigt und sich dann mit einem zweiten, viel größeren zylindrischen UFO vereinigt. Der Zylinder fliegt ziemlich schnell davon. Also geht der Farmer mit seinem Sohn zu der Stelle, wo das Objekt gelegen hat. Dort sehen sie eine 1,20 Meter breite Stelle von dehydrierten Pflanzen. Die ganze Stelle ist tot, welk und braun. Die Spuren, die das UFO in Cato hinterlassen hat, machen aus dem Ereignis einen typischen Trace Case. Dieses Foto, das nur wenige Minuten nach dem Vorfall aufgenommen wurde, beweist für Ted Phillips, dass auf der Farm etwas völlig Ungeklärtes stattgefunden hat. Er möchte herausfinden, was das war. Die Stelle ist oval. Das Gras direkt daneben ist grün und völlig gesund. Keine andere Stelle auf dem Fels sieht so aus. Gleich neben den beiden kleinen Kratern wachsen Pferdenesseln, grossblättrige Zehe Pflanzen. Die Blätter sind nicht verbrannt, jedoch zusammengezogen und geschlossen, als ob Hitze auf sie eingewirkt hat. Diese Entdeckung scheint für Ted Phillips ein Beweis, dass der Antrieb des UFOs die Erde beeinflusst hat. Und es gibt noch eine zweite Anomalie, für die die Ermittler eine Erklärung suchen. Die Krater waren rund drei Zentimeter tief in sehr hartem Boden. Ich weiß nicht, ob das bei der Landung oder beim Start passiert ist. Doch zu keinem Zeitpunkt war ein Geräusch zu hören, das auf irgendein Antriebssystem hindeuten würde. Doch es musste eins geben, denn das 1,20 Meter Objekt ist dreimal gegen den Wind geflogen. Im Laufe seiner Ermittlungen, wie denen in Cato, stößt Ted Phillips meist auf Spuren, die auf dem Boden hinterlassen wurden. Doch 1979 sorgt ein mysteriöses Objekt nicht nur für Spuren, es tötet beinahe einen Hilfssheriff aus Minnesota. Ich glaube, dass hier etwas Außerirdisches im Spiel war. Niemand konnte etwas anderes beweisen. Nun untersuchen Ermittler den Originalstreifenwagen und entdecken neue Beweise. Irgendetwas hat also die Scheibe eingedrückt und dann wieder herausgezogen, wie eine Ansaugung. Etwas in der Art. Herausgezogen? Unglaublich. 27. August 1979, Warren in Minnesota. Es war eine normale Streifenfahrt für Deputy Val Johnson, bis sich um 2.19 Uhr in der Früh sein Leben plötzlich ändert. Er sieht in der Ferne ein Licht auf einer angrenzenden, zweispurigen Asphaltstraße. Er vermutet ein kleines Flugzeug mit einem Landelicht, das zu einer Notlandung ansetzt. Er biegt also auf diese Straße, um zu sehen, ob er Hilfe leisten kann. Im Handumdrehen war das Licht nicht zweieinhalb Kilometer entfernt, sondern direkt in seinem Gesicht, und er baute einen Unfall. Nach dem Unfall erhielt die Zentrale einen Notruf. 407, was ist passiert? Ich weiß es nicht. Etwas hat meinen Wagen getroffen. Ich kann es nicht erklären. Seltsam. Einer derjenigen, die den Schaden aus erster Hand sahen, war Sheriff Herb Morstad. Er war damals Hilfssheriff und erinnert sich lebhaft an diesen Vorfall. Neben ihm der Wagen aus dieser Nacht. Well Johnson war noch im Wagen. Er war benommen und etwas verwirrt. Er wusste nicht sicher, was ihm passiert war. Es gab einen beträchtlichen Schaden am Auto, der damals dokumentiert wurde. Er fuhr einen Ford LTD, und einen LTD beschädigt man nicht mit irgendeiner Kleinigkeit. Der Aufschlag war ziemlich groß. Am Fahrzeug verblüfft die Ermittler vor Ort. Der erste Schaden entstand an dem Scheinwerfer. Er ist kaputt. Er ist im Originalzustand jener Nacht. Interessant ist, dass sich nichts darin befindet wie Hirschhaare oder Gestein, das erklären könnte, wie es passiert ist. Weiter oben finden wir eine runde Delle in der Kühlerhaube. Und die Windschutzscheibe ist ziemlich schwer beschädigt und gesplittert. Auch hier gibt es keine Anhaltspunkte für Steine oder Geröll, die die Scheibe zerbrochen haben könnten. Noch weiter oben ist die Linse einer der Warnlampen beschädigt. Dahinter sind die beiden Antennen geknickt. Dabei ist Interess genau an der Stelle, an der die Antenne abknickt, um Mantelungen saßen. Niemand konnte also mit der Hand oder einem Werkzeug diese Antennen verbiegen, denn dabei hätte man die Ummantelungen zerstört. Die Auswirkungen von Val Johnsons angeblicher UFO-Begegnung gehen über den Schaden an seinem Streifenwagen hinaus. Die Ermittlungen gingen weiter. Es wurde festgestellt, dass Val Johnson an einer Verblitzung seiner Augen litt, vermutlich von dem Licht, dem er begegnet war. Was noch eigenartig war, dass seine Armbanduhr und die Uhr im Wagen beide 14 Minuten lang stehen geblieben waren. Das ist ein interessantes Indiz. Viele Leute wissen nicht, dass viele Polizisten ihre Armbanduhren bei der Abfahrt mit der Fahrzeuguhr und ihrer privaten Uhr synchronisieren. Die Uhren gehen also genau gleich. Wenn man also im Laufe der Nacht Notizen zu einem Fall macht, sind die Angaben möglichst genau. Ich würde schon gern wissen, was in den 14 Minuten geschehen ist, in denen die beiden Uhren nicht liefen. Es gibt viel Raum für wissenschaftliche Spekulationen, was passiert, wenn jemand in so etwas verwickelt ist. Val Johnsons Streifenwagen ist heute im Museum der Historischen Gesellschaft von Marshall County ausgestellt. Ted Phillips ist über 1600 Kilometer angereist, um den Schaden aus erster Hand zu sehen. Er kommt nach Warren und erhält eine persönliche Führung von Sheriff Morstead. Ich habe so oft Fotos davon angeschaut. Es ist, als hätte ich ihn schon gesehen. Es ist einfach unglaublich. Eine neue Erkenntnis verblüfft Ted Phillips. Die Windschutzscheibe hat am meisten abbekommen. Der Schaden wurde von einer Kraft verursacht, die die Scheibe eingedrückt und dann wieder herausgezogen hat. Und dann wieder zurückgezogen. Wirklich? Sie wurde also eingedrückt und wieder herausgezogen? Konnte man sagen. Herausgezogen? Unglaublich. Über drei Stunden untersuchen Ted Phillips und Sheriff Morstead den Wagen und diskutieren den Fall. Phillips erfährt, dass die Kollegen im Sheriff Department keinen Zweifel an Johnsons Geschichte haben. Ich glaube, Officer Johnson. Er war ehrlich in der Nacht und hat Tatsachen berichtet. Val Johnson war ein guter, anständiger Mann. Ein guter Hilfs-Sheriff. Ich habe keinen Grund, ihm nicht zu glauben. Wenn ein Polizist eine solche Begegnung meldet, riskiert er alles. Seine Karriere, sein Privatleben, vielleicht seine Familie. Er setzt alles aufs Spiel. Ted Phillips hat die Ermittlungen im Fall Val Johnson wieder aufgenommen. Er hat die Hoffnung, herauszufinden, was in den frühen Morgenstunden des 17. August 1979 wirklich passiert ist. Viele Ermittler glauben, dass dieser Trace Case zusammen mit tausenden anderen und man zur Wahrheit über UFOs führen wird. Landevorfälle mit handfesten Spuren sind ein wichtiger Aspekt des Gesamtbildes. Viele Leute sagen, es gibt keine Beweise. Fingerabdrücke sind doch Beweise, oder? Häufig sagen Leute, ich glaube nicht an UFOs oder ich glaube es, weil ich es sehe. Die Bedeutung der Trace liegt darin, dass sie sich die Spuren ansehen können und dann sagen, dass sie es gesehen haben. Es gibt uns zusammen mit den Beobachtungen von Augenzeugen, die gewissen etwas ist. Was wir an den Langeplätzen finden, bestätigt die Realität sogenannter UFOs. Es sind positive Beweise dafür, dass etwas sehr Ungewöhnliches stattgefunden hat. Diese Überbleibsel sind unerklärlich. Es ist vielleicht die größte Geschichte der Menschheit, wenn wir den Leuten die Beweise vorlegen können.